Ein handlicher Desinfektionsmittelspender, der weiter magnetisch ist, überall hält und deswegen im Alltag immer und überall griffbereit ist. Zum Desinfizieren ganz einfach den Ball nehmen, ohne ihn zu öffnen und mit einer Hand einmal drücken, Hände desinfizieren. Wenn er mal leer ist, ganz einfach wieder befüllbar, einfach auf die Dockingstation packen, zweimal pumpen und wieder voll. Das komplette Set gibt es jetzt auf kickstarter.com zu kaufen, natürlich in verschiedenen Farben und verschiedenen Größen, so dass für jeden anlassend Geschmack was dabei ist.